So, die Spannung steigt. Heute werde ich mal wieder spontan improvisieren. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, denn ich weiß auch noch nicht, was ist los. Wir lassen uns gemeinsam überraschen. Das klingt doch nach einem guten Einsatzplan, oder? Also, schauen wir mal. Wir lassen uns gemeinsam überraschen. Wir lassen uns gemeinsam überraschen. Wir lassen uns gemeinsam überraschen. Amen. 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 Das war ganz spontan. Ohne vorher überlegen, wie es werden soll. Einfach drauf losgespielt. Ich hoffe, es gefällt euch.